Josef I. von Portugal war von 1750 bis 1777 König von Portugal aus dem Hause Bragancia. Leben Josef wurde als Sohn König Johannes V. und seiner Frau Erzherzogin Maria Anna von Österreich geboren. Während der Regierungszeit seines Vaters kritisierte er dessen Verschwendungssucht und Unterstützung der Inquisition. Als Josef nach dem Tode seines Vaters 1750 den Thron bestieg, berief er deshalb Adlige in seinen Beraterkreis, die in Opposition zu seinem Vater gestanden hatten, darunter Sebastiao Jose di Cavaglio e Melo ab 1769 Marquis von Pombal. Josef war als Herrscher mehr an seinen Bauten, der Kirche und der Oper als an den Regierungsgeschäften interessiert. Nach seiner Thronbesteigung vergrößerte der spätere Marquis von Pombal deshalb schnell seinen politischen Einfluss und stieg zu einer Art Regierungschef auf kurz darauf wurde er zum Außenminister ernannt. Am 1. November 1755 zerstörte das verheerende Erdbeben von Lissabon die Hauptstadt fast vollständig. Außenminister Jose di Cavaglio e Melo organisierte den Wiederaufbau und wurde 1756 zum ersten Minister ernannt. In den nachfolgenden Jahren schuf er den Grundstein für das Eintreten Portugals in die Moderne. Anstelle des klerikalen Königreiches setzte der Marquis einen aufgeklärten Absolutismus. Dies brachte ihm schnell den Widerstand der Kirche ein. Die Jesuiten predigten, dass das Erdbeben Gottes Strafe für die Reformen des Marquis sei. Am 3. September 1758 kam es zu einem Attentat auf Josef. Der König war auf dem Heimweg nach Ayuda, wo er in einer Zellstadt residierte, da sein Schloss bei dem Erdbeben von 1755 zerstört wurde. Er kam von einem Schäferstündchen mit seiner Mietresse und war daher ohne Eskorte. Auf dem Weg nach Ayuda wurde er überfallen und angeschossen. Die Täter wurden gefasst und gestanden unter der Folter, von den Tavoras beauftragt worden zu sein. Die Familie Tavora waren Mitglieder des Hochhadels und standen in scharfer Opposition zum Marquis von Pombal. Pombal nutzte die Gelegenheit, um die gesamte Familie des Hochverrats anzuklagen. Sogar der Lehrer von Leonora de Tavora, der Jesuitenmönch Gabriel Malagrida, wurde verhaftet und später auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Am 13. Januar 1759 wurde fast die gesamte Familie, außerdem ihr angeblicher Mitverschwörer, der Herzog von Availro, exekutiert. Ihr Besitz konfisziert und ihr Name aus dem Adelsverzeichnis gestrichen. Nur der Königin war es zu verdanken, dass nicht alle Tavoras getötet wurden. Bis heute ist die Tavora-Affäre ungeklärt. 1759 wurde der Jesuitenorden in Portugal und Brasilien aufgelöst. Pombal schaffte 1761 die Sklaverei in Portugal ab. Sämtliche noch bestehenden rechtlichen Diskriminierungen gegen die Neuchristen wurden aufgehoben. Die Zensur wurde von der Kirche auf den Staat übertragen, die Inquisition der Aufsicht des Staates unterstellt. An der Universität wurde eine naturwissenschaftliche Fakultät gegründet, ein staatliches Schulwesen wurde geschaffen. Die Indianer in Brasilien emanzipiert unter der Oberaufsicht des Grafen Wilhelm von Schaumburg-Lipe wurde das portugiesische Heer reformiert. Der Marquis sorgte dafür, dass verstärkt portugiesische Siedler in Brasilien angesiedelt wurden und förderte den Brasilienhandel durch die Gründung von Handelsgesellschaften, darunter der ostindischen Kompanie. Sowohl die Landwirtschaft als auch der Handel erlebten in dieser Zeit einen Aufschwung, die finanzielle Lage des Staates verbesserte sich erheblich. Das Außenhandelsdefizit mit England wurde ausgeglichen, Josef war mit einer spanischen Bourbonenprinzessin verheiratet. Trotzdem war er nicht bereit, England, den traditionellen Verbündeten Portugals, im Stich zu lassen und dem spanisch-französischen-anti-britischen Bündnis beizutreten. Spanische Truppen fielen daraufhin 1762 in Portugal ein, Spanien musste aber bereits 1763 Frieden schließen und Portugal wieder verlassen. Die letzten drei Jahre seiner Herrschaft führte die Königin die Regentschaft für den erkrankten König. Josef hinterließ keinen männlichen Erben. Der König stand deshalb vor der Wahl, entweder die weibliche Thronfolge zu ermöglichen, dann wäre seine Tochter Maria ihm auf den Thron gefolgt. Oder an der männlichen Thronfolge festzuhalten, dann wäre sein jüngerer Bruder, Peter, als nächster in der Thronfolge berufen. Das Dilemma wurde dadurch gelöst, dass Josef seinen Bruder mit seiner Tochter verheiratete. Gemeinsam bestiegen sie als Maria I. und Peter III. den Thron. Familie Josef heiratete 1729 Maria Anna Victoria von Spanien, eine Tochter König Philipps V. von Spanien und der Elisabeth Fanese, Prinzessin von Parma. Mit ihr hatte er folgende Töchter, Maria I., Lemniskarte 1760 mit Peter III., Maria Anna Franziska Josefa Antonia Gertrud Rita Johanna, Maria Franziska Dorothea Josefa Antonia Gertrud Rita Johanna Ifigenia, Maria Franziska.